Es ist soweit! Lichtträgerin, zerstöre ihn jetzt! Wir können nicht! Dann bleibt mir keine Wahl, Mimbus. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Rohak, was hast du vor? Rohan, er... Er wählte ein Ende der Kuruli. Hey, Hüter, kannst du bitte seinen Kern mitbringen? Ich, ich brauch ihn. Okay, Mimbus.